Heyo Freunde! Willkommen zurück! Willkommen zurück! Willkommen zurück! So! Achso genau, wir sind da. Ich habe nachgeschaut was in dem Sarkophag war. Im Original ist der Vincent drinnen. Ist irgendwie ein Partymember, der einen dann irgendwie joint, aber nachdem man hier nicht mal Partymember hat, ja. Geht halt scheinbar nix. Hm. Scheiße, ob das dabei kommt. So! Gargoyle, hm? Das waren am Gargoyles Ohrringe. Ohrringe. Wow. Plus 5 Magie. Okay. Looks like it's all clear. Alter, genau. Cloud war ja im Arsch, ne. Schwachstelle. Okay, wir haben es so ausgeschafft, ha? Ja, lass ihn nur da liegen. Kein Ding. Kannst du nicht heilen? Oder ne Elixier? Megatrank? Irgendwas? Nö, gah? Flieh, okay, ja. So, das Ding ist... Ich müsste nach rechts, aber... Machen wir das jetzt schon mal? Ich weiß nicht, dass ich das letzte Mal irgendwie da war und dann wieder umgekehrt bin, ha? Ach, okay. Ach so. Ihr seid wieder gegen Feuer anfällig und blitzheilt euch, ha? Wo geht's da lang? Waren wir das schon? Ach so, ist das der Weg da zum... Ja, okay, der Weg da ist das, okay. Ah, ich glaube, es gibt irgendwie eh nix, ha? Es gibt, glaube ich, in dem Spiel nix, was du irgendwie so großartig irgendwie... Ja, sehr... Todesklaue! Oh, Seismos Level Up, ha? Das habe ich doch nicht mehr equipped gerade, ha? Strange. Was? Was? Ehrlich? Ja, okay. Ego ist, ha? Jetzt tun wir nicht so, ha? Waren wir mal einen Kratzer, oder? Sephiros Schwert ist doch eh ein Mini... Ah! Hm. Und jetzt nicht mehr, ha? Oh. What? Oh, ha? Noch ein paar mehr, ha? Hm, hm, hm. Ja, mach einmal Erdbeben und alles in den Daumen, oder? Ich werde nie zurück. Ich werde nie zurück. Ich werde nie zurück. Schütze Cloud vor den Shinra-Truppen. Shinra-Truppen haben Cloud in ihre Gewalt und wollen ihn entführen. Klage den Ansturm der Shinra-Truppen zurück und befreie Cloud aus ihren Fängen. Wenn die angezeigte Entfernung zum Stadteingang bei null liegt, ist die Mission gescheitert. Dauern Kämpfe zu lang an, werden die Truppen Cloud entführen. Kämpfe also effizient. Ja. Ja. Ach gut, deutsch. Achso, wir haben es eh noch. Schau. Oha. Die halten was aus? Wo ist denn Cloud, ha? Wir lassen ihn mal los. Warum kommt der Scheiß jetzt wieder, ha? Was ist los? Das ist genug! Hier gehen wir. Oh nein, du nicht. Komplett Result. Oh yeah! Lasst los! Oh! Hm! Activate in combat mode. Bam! Was ist das? Was ist das? Jawohl, Apokalypse Na gut, wir kennen es hier Scheiße, das gibt Kaptis Oh, Leveler Ohne Magie keine Chance Ich meine, komm Jesus War, glaube ich, der Letzte Klug von ihm abzubauen Ist aber schlecht, ha? Wie geht's dir? Kaputt, ha? Ach Keine Ahnung Hey, Aunt Jill Can I not save anyone? Right, I'm gonna go find you a change of clothes No Those Mako-soaped clothes will definitely not help you get back on your feet You wait here, okay? I'll be right back Ist ein Anfang, ha? Oh man, ehrlich Na, jetzt müssen wir wieder da runter, oder was? Activating combat mode Oh yeah Bin ich da jetzt richtig, ha? Oh yeah Gibt sicher nichts Neues, oder? Da jetzt schon Keine Ahnung, weil es überhaupt irgendwie genug haben Oh, okay Die sind wieder da Na gut Au Oh yeah Oh yeah Yeah Noch ein Level Up für das Tal Naja, geht eh nicht. Was ist denn Scheiß? Ja. Können wir dich ausziehen? Oh. Schrankschlüssel. Ah, okay. Interessant, was war da? Nicht eingetreten. Okay, aber... Ist der Schlüssel für die zwei Schränke oben? Kann sein, ne? Geht's da raus? Achso. Oh, Kiste, ja? 10.000 fucking kill. Sonst noch was, hm? Boah, ist der Tagebuch. Na gut. Hat sich aber irgendwie trotzdem gelohnt, hm? Aber ich glaube, hier unten findet man keine Klamotten. Okay, vielleicht haben wir eh den Schlüssel gebraucht. Und... Schauen wir mal, ne? Ist ja eh nicht so weit weg. Ach, warte. Okay. So, das war ich da. Nein. Nein. Was da? Nein, da war der... Oh, hallo. Toll, Kürbis, ha? Voll egal. So. Da, oder? Ja. Da ist sicher was zum Anziehen drin, hm? Da, ah, aha. Soldatenuniform. Na, sehr gut, hm? Da ging ja auch nichts rein, aber dann Schlüssel-Lock-Scheiß. Jo. Cloud! Hey, I found something good. Change into this. This may smell bad, but... Desperate times. Na. Oh, ha. Schaut aus wie wir, hm? Looks pretty good on you. Sagt immer noch nichts, hm? They're tiny, but you have lots, right? That's right. Wanna hear? How many you got? Hmm. Also. Twenty-three? Write them down, so I don't forget. I have 23 tiny wishes. But, you probably won't remember them all. So, I put them all together into one. I'd like to spend more time with you. No. Hey. Cloud. I... I have to go to Midgar. You wanna come with me? War so wohl ein Jahr, hm? Freunde. This won't be easy. No. War halt schon easy, würde ich sagen. Oh, yeah. Well, hey, es hat 9999 Schaden gemacht. Das ist echt scheiße, dass es gecappt ist. Was willst du schon wieder, hm? Personalsache. Schönere gefallen. Sephiroth und Zekka? Nee, bin ich nicht. Hey, Zek, die Abteilung für allgemeine Angelegenheiten hat dein Ablehn bekannt gegeben. Aber die Firma verbreitet dir in letzter Zeit nichts als Lügen. Also, wo steckst du? Dass du als Gefallener behandelt wirst, heißt vermutlich, dass du irgendwas angestellt... Dass du irgendwas angestellt, dass Shinra gegen den Strich geht. Melde dich, wenn du in Schwierigkeiten steckst. Schweigen ist zwecklos. Ja. Na ja, wir wurden, keine Ahnung, ein Scheiß auf uns, hm? Hm. Damn it. It never ends. Lass dir doch einfach da. I'll go take a look. Oh wow, was liegt da, hm? Ein Sniper? Ach was! Blackbots ausschalten. Schalte die Blackbot-Spehenheiten mit einem Scharfschützengewehr aus. Auf dem Weg vor dir sind mehrere Scharfschützengewehre versteckt. Wenn du sie einsammelst, kannst du die Blackbots ausschalten und deinen Fluchtweg sichern. Körperteile. Blackbots haben unterschiedliche Körperteile. Ziele auf ihre Schwachstellen, um ihnen effektiv Schaden zuzufügen. Waffenbatterie. Großer Schaden. Torsal mittlerer und Beine gering. Schild minimal. Ja, und welches ist die Waffenbatterie, hm? Pluspunkte und entkommene Ziele. Durch das Zerstören von Blackbots erhältst du Pluspunkte. Mit ihnen kannst du dein Scharfschützengewehr verbessern. Blackbots, die deinen Scharfschützenangriff bemerken, werden sich außer Reichweite begeben. Wenn du Blackbots entkommen lässt, erhältst du Minuspunkte und deine Belohnung fällt kleiner aus. Ja. Okay. Das Gewehr verbessern, hm? Durchschlagskraft, Zielgenauigkeit, Schadensradius, Explosivgeschoss, ja. Oha. Es wackelt von alleine, gell? Ich mach irgendwie nix. So, was haben wir? Wir haben irgendwie Zoom. Ja, und was soll ich... Also nicht auf die Beine, nicht aufs Schild. Was ist mit dem Teil da? Was ist das? Oh mein Gott, hm? Wir haben auch so zum Wackeln, Junge. Bist du behindert? Weiter. Okay. Das ist ja cool, dass sowas gibt irgendwie. Ja, das ist ja mal eine Abwechslung. So, du Motherfucker könntest man irgendwie nicht so herumdingen, hm? Heule. Hey, hör auf. Hey, hör auf. Hey, hör auf. So zu wackeln, Alter. Wie sucht bin ich. Hindert, Junge, ha? Wie soll ich denn da was treppen? Genau, zweiglich, ha? So. Wir müssen verbessern. Zielgenauigkeit, ha? Da brauchen wir drei Punkte, oder? Ist das richtig? Ja, okay. Ein Scheimkleister. Wollen wir nicht, ist das Patrouille da? Oh, was? Das Teil da hinten geht sicher auch, aber... Oh, da... Headshot. So, wo ist der Kollege? So, ab, nochmal, wie er herumwackelt. Aber... Sagt eigentlich die Karte... Oh, mein Gott. Ha, das wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern noch. Okay, es ist auf Max-Level, aber das Ding ist... Es macht eh schon Max-Schaden. Drei von denen, ha? So, jetzt werden wir nochmal upgraden. Mhm. So, ich hoffe, er wackelt jetzt irgendwie weniger, der Idiot. Naja, keine Ahnung, ha? Na, verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Ja, das ist Licht. Weiter. Ja, mal auf, so zum Wackeln, ha? Oh, shit. Alter, bitte, hör... Das siehst du. Weiter. Hör auf! Hau da ab, oder was? Wo ist er? Oh, Scheiße. Komm, wenn du die Idiot so wackelst, Alter, was geht denn ab mit dir? Lass mich das Teil da treffen, na? Oh, halt. Oh, mein Gott, Alter. Hör auf mit diesem beschissenen Wackel, du Vollidiot, ha? Bist du echt so dumm? Oh, mein Gott, das ist doch... Alter, du bist ja wirklich der Allerdümmste, ja? Jesus, wie er herum wackelt. Scheiße, drück da. Heftig. So, wo geht's? Geht's da weiter? Gibt's da was? Ah, ja. Ah! Wehe, du wackelst jetzt immer noch so, du verdammte Judas, ha? Ein bisschen besser, glaube ich, ha? Ein bisschen... Ich habe, ich habe ihn nicht dafür. Ne, ja, ich habe ihn dir, aber ja. Nee. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott! Okay, jetzt ist er weg. Tja, weil... Ich mein... Scheiße, mehr entkommen als durch Blutpunkte, Arthur. So, lass mal probieren, jetzt den Schest-Tank da, wieviel der mich das macht. Ich hab... Waaat? Wow, das ist doch ein Headshot. Ist der andere? No, ja. Activating combat mode. Bring it on. Oh, yeah. Activating combat mode. Out of the way. Oh, yeah. Oh, 11 Pluspunkte. Komm mal. Können wir da diese Explosivgeschosse... Yo. Also komm, Junge. Erst. Oh, mein Gott. Also Indianern stehen da weg wahrscheinlich alle, oder? Ne. Der eine ist weg, oder? Achso. Was? Das war gerade mein Explosivgeschoss. Okay, keine Ahnung. Ey, ruhig, ta. Aua. Was haben wir noch mal. Achso, oder? Super, jetzt hab ich's... Jetzt hatte ich's nur einmal, oder was? Oh, mein Gott. Ja, wow. Oh, danke für die Info. Ich mach' nichts, ja. Ja. Ich mach' nichts. Und mir ist es nur mal. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh Na gut Ja wir sind durch Sprint und Blitzker erhalten Ja toll Nur den ganzen Weg mit der Schlafmütze oder gehen oder was? Das dauert ja ewig Woher gehe ich von hier? Keine Ahnung Angel Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Das ist ein paar Jahre alt. Zack Das Fugitive Was soll ich dir? Es wird so sein Was soll ich tun? Was soll ich tun in diesem Ort? Was soll ich tun? 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 Ja, ich bin dazu Was soll ich tun? Step back. Next time, I'll really have to... Hmm. The Turks are here too. It's too dangerous to move now. We'll rest here until morning. Then we'll leave at dawn. Nah. We'll be alright. Sisney. Wait. He... He's the other sample they collected at Nibohein. Why did you come here? I told you to go away. He doesn't look well, Zack. Is he alright? Mako poisoning. Severe case. He experiments, isn't it? Yeah. Hey! Sung. I've lost the target. That's how it is. So get away safely. Duck should, huh? Thank you. Here's a present. If you think you can trust me, then use it. Ich vertraue dir aber nicht, huh? Oder? Besonder Willkommen. Aha. Shinra makes good stuff. Shinra makes good stuff. Not again. Get off me! When the war of the beasts brings about the world's end, the goddess descends from the sky. Yeah. Wings of light and dark spread afar. She guides us to bliss. Her gift everlasting. That's my hair! You were a test subject in Hojo's new experiment. A modified version of Jenova's power runs through you. What? Seriously? No way. He just ate my hair. Your cells will be my gift of the goddess. The degradation will cease. You are twisted. The monster has been harvested and can be discarded. You're the monster. Legend shall speak of sacrifice at world's end. The wind sails over the water's surface. Quietly. But surely. No way. Scheint nicht ganz zu funktionieren, ha? Ach du Scheiße, ha? Okay. Activate in combat mode. Okay. Let's go, ha? No more Blitzker. Oh. Was? Was? Ich bin der Magie-Spam, nicht du. Hör auf. Was für ein Ohrschlach-Boss, ha? Activate in combat mode. Serious? Yeah. Ganz ehrlich, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin 30 Level unterlevelt oder so. Ich habe doch zu wenig HP. Ja, Level up. Ach Scheiße, ey. Was ist denn das wieder für ein Drecks-Boss, ha? Ja. Brauche ich mehr Magie, ha? Da machen wir mehr Magie-Resistance, ha? 20 Will. 20 Will. Muss es sortieren. Hm. Oh, was haben wir hier gekriegt, das ist der Hard Talisman, naja, das lassen Talisman Usen, vielleicht überleben wir ja dann irgendwie, ja, mach doch mal was anderes, Bastard, hör auf zum Spammen, was ist mein Job, ah, friss Apocalypse Oh, oh, okay, Max gut, ah Oh, also überleben wir doch eh nicht Ey, diese Bootspads sind irgendwie auch kacke, ja Oh, oh Stell dir vor, das machst du mit Melee, das geht doch gar nicht, ohne Spaß Naah Ja, komm ja Ja, komm ja Ich hab keine Ahnung, was diese scheiß Bücksteine machen, nur irgendwie nachzulegen wir nochmal Oh, oh 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 Four fortune, huh MP3 Hälte mal auf, Pell Oh ja Oh ja Down geht er Wegfegen haben wir bekommen Uh Da 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 Was hast du davon, wenn du meine Haare isst Komm, lass mich wegfegen anschauen Das ist so assi Das scheiß Damage auf 9999 gecappt ist Das kann gar nichts So, jetzt kommt Die nächste Cut ziehen, war eh klar Schön für dich Interessiert ihn aber nicht Ein stillgelegter Makro-Reaktor Ja, schaut irgendwie ziemlich scheiße aus Alles da Was soll er denn sonst machen, ha Kann er das mal einen Motor ausmachen Ja, scheiß an, ha So, ich will jetzt Also, was Also, was Wie heißt Sprint Ist ja unnötig Wegfegen, ha Oh, ist wegfegen Ah, ist wegfegen Ach, das ist doch kacke Will ich doch nicht, ha Will ich doch nicht, ha Aktiviert Schutzengel Da haben wir das immer Und der Tomberry fügt einen Gegner Schaden zu, der die App ignoriert Ja, nice Ja, nice Cool So, was sagt die Karte Okay, die Karte sagt, dass da irgendwas ist, ha Gott sei Dank Bin ich so ein kleiner Motherfucker, ha Ja, wie komme ich da rauf, ha Sicher eher was damit was zu tun, ha Ja Ja Ich gehe mal extra dafür in der Katze hin In der Wahnsinn, ha Da, 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 da Na, bummer, das dauert, ha Ah, ja Wie passt so ein Vogel in so eine Kiste, ha Hörst du schon mal Hörst dich scheiße an Was ist doch wieder so irgendwas, ha Was ist da, nee Subspiriger Subspiriger Er ermöglicht den Einsatz von Magie, um MP des Gegners zu absorbieren. Ja. Einfach halt MP-Clown. Ich meine... Ja. Ist nicht so übelsicher, aber... Dadurch, dass wir so wenig Material-Slots haben. Was kriegen wir da? Ne Nennus. Okay. Oh, ich sehe dich aber auch. Oh, ich sehe dich auch, ha? Yo. Komm, ehrlich. Mach weg, ha? Hypnokrone. Wenn ich den... Hypnokrone. 20 Magie. Na ja. So, ich glaube, wir switchen auch wieder, ha? Nein, das ist was Falsches. Was haben wir reingemacht vorher? Das ist da. Das ist da. Der wäre echt cool, aber es ist... Ja, da funktionieren unsere Meta-Dinge jetzt da nicht. Das ist so... Ja. Mehr Magie. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Mehr Mana halt, ne? Ja. Okay, 6000 gill, noch weiter, landet alles im Spam Ordner, meldet dich bitte, wie ist es dir in letzter Zeit ergangen, bla bla bla, nein, ich sag dir nicht wo ich bin, ja, bin ich, so, na Wahnsinn, aber eigentlich was Neues, Holzschutzlabor, haben wir scharf geschlossen, na, oder, ne, haben wir nicht, ha, okay, ah, jo, naja, macht ja gar keinen Schaden, ha, und das auch nicht, so, jetzt noch mal was kritische, oder was, ja, 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 na viel schade, ne, Oh Gott, nein, leblock. Oh Gott, nein, leblock. Ja, nice, ha? Okay, da bin ich nicht mehr und verrufbar. Ach, was? Erst hör doch mal auf mit dieser Scheiße da an der Wand. Oh, Meteorschauer. Und er trifft mich schon wieder. Ich frag mich echt, ob ich level könnte, wenn ich einfach nur herumlaufe, ha? Und warte, bis unser Levelabteil kommt. Oh, ha, guter Schaden. Nein, 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 nein. Ich bitte wie oft noch, Alter, ha? Und da ist unser Silberarmband. Das war aber nicht unser Reward, gell? Wie Tage ist unser Reward? Kann das Silberarmband was, ha? Time to find out. Wahrscheinlich eh nicht. Oh ja, warte, das haben wir. Ah, scheiße, ha. Ah, ja, wir sind da. Okay, Mr. Hojo, was ist Experiment Nummer 108, ha? Ach, wie spannend, ha? Ganz ein neuer. Ah, jetzt kann ich wieder ja Teleportieren, ha? MP5. Ich muss echt mal schauen, wenn man das ausschalten kann, ha? Beschwörung, scheiße. Ich hab schon wieder keinen Mana, ha? Jetzt hör doch mal auf mit dem Scheißen. Was kommt das andauernd? F. F, F, F. Jeffy, Rolf. Komm, roll hinter, ha? Okay, wir können jetzt ein Scheißen bis zum Start. Danke. 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 Das war's. Oh, mitten im Fight, oder was? Na, was? Alter, wie oft kommt das, hm? So, jetzt wird er seine Teile beschworen. Wo sind sie? Doch nicht? Oh ja. Hm, bin ich die beste Idee? Scheißdreck, hm? Ich hab eh überlegt, ob ich nicht so ein Scheiß... Bin ich da und verwend, hm? Falls ich sterb. Das war's. Ich hab nicht so genau. Ey, das ist doch unfair Und pick up Das war's. So, trifft es alle, na, oder? Oder doch? Na, scheiße, ja. Finish ihn. Ey, das Teil trifft mich, aber gut, wir haben eh unseren Engel. Und wir sind unverwundbar, ja, easy. Bam. Bam. Sephiroth. Volga, unnötig. Bitte sagen wir, dass das nicht nur Sephiroth's Fight sind, ha? Kriegen wir ein neues? Scheinbar nicht, ha? Neh, neh, neh. So. Da sind sie zu Hause, oder? Ich verstehe. Ja, naja ich glaube, du bist richtig. Es war ziemlich interessiert. Wir werden gehen. Schau mal. Die Sicherheit ist sehr fest. Wahrscheinlich, ein anderes Ziel ist in der Nähe. Wer? Angeal. Ich verstehe. Ich verstehe? Er hat mit Ihrer Hand. Du bist nicht überrascht. Ich denke, er hat uns geholfen. Er ist in Shinra Manor. Interessant. Die Begriffe waren wahr. Aber warum würde er zu einem Ort wie Gungagha kommen? Er kommt hier um dich zu sehen. Was andere Grunde könnte da sein? Was? Was? Jetzt... Ich bin nicht in der Lage. Ich habe 20 Minuten geholfen. Ich habe die Eltern geholfen. Ich bin nicht in der Lage. Sie denken, nach all this, dass du nie jemanden kannst. Was ist mit dem? Sie sind gut. 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 Das ist alles, was ich muss wissen. Sie sind gut. Sie sind gut. Wie sind deine Leute? Ich bin... Sie sind gut. Ich bin... Wie sind deine Leute? Ich bin... ...verteint in der General. Ich bin... ...wartein der General. ...ein einem Zeitpunkt zu halten? Gut. Kein Problem. Sie wahrscheinlich fragen dich, um die Familie zu sein. Schon passiert. Was? Was hast du gesagt? Sisnay! Nicht mein reales Name. Du hast fünf Minuten left. Angeal? Angeal, du bist du! Schaut nicht so aus, oder? Ich glaub nicht, dass es war. So. Da war irgendwo eine Kiste. Nein, glaub ich nicht. Wo ist die Kiste? Da ist sie. Oh, neuer Laden. Neuer Laden, gut, oder? Beuger, Eisker, Blitzker haben wir schon. Erhöht die Chance, über die DBW-Dingster-Boomster auszuführen. Aber nur die Billigen, ne? Ja, ist aber jetzt irgendwie kacke, ne? Also, das haben wir ja alles schon, ne? Zustandsangriff? Zustandsveränderungen, ha? Was ist Zustandsveränderungen, ha? Was ist Zustandsveränderungen? Okay, wenn ich jetzt Feuer, Blitz und Eis... Feuer, Blitz und Eis... Feuer, Blitz und Eis equipt hab, ja? Müsste ich ja gegen das dann irgendwie immun sein, oder so. Halbwegs immun, ja? Das scheiße an. Ich kauf jetzt eins zum Tag einfach. So, dann werden wir das auch equippen. Dann werden wir das Seismold-Ding so raus machen. Hört der Scheiß! Ja, ne? Okay, bin ich gespannt, ha? Es ist sicher noch crappy, aber... Was soll man machen? Melee ist sowieso crappy, ha? So, wo sind irgendwelche Gegner, ha? Unnötig. Komm, ha, das sind keine Gegner. Ha, sehr gut, also. Macht absolut gar nichts, oder? Nein, okay, die sind jetzt irgendwie gegen nichts anfällig. Das ist halt natürlich auch scheiße. Ja. Und trotzdem, werden einfach gewonshotted von einem Magic-Spell. Keine Ahnung. Magic ist einfach overpowered. Wer ist das, ha? Bei Tomadara. Ich hab keine Flügel. Oha. Oh, da ist er wieder, ha? Oh, ist das ein verkackter Genesis, ha? Ein alter Genesis, ha? Das ist halt auch dem nichts anfällig. Oh mein Gott, beruhig dich. Ja. Ich kann nicht mehr als spammen, ha? Maelstrom. Überleben wir das? Ah, ist ja easy, ha? Okay, das überleben wir nicht. Sehr geil. Er hat durch und durch geschossen und uns getötet. Ach. Okay. Ja. Ich wollte eher ausweiten, aber es ging nicht. Hm. Aktivieren den Kombat-Mode. Ja, komm. Ich habe keine WP mir. Nein, ich kann MP. Na, ich kann irgendwie... Arschloch Brace yourself Ja komm, ich habe ihn doch gerade gehypt Ich schwöre, bin ich echt zu Underlevel, weil ich irgendwie So viel Magic Spam, dass wir nie Levelups kriegen Nur aufhören damit, ha Oh, er ist auch gerade gestunt oder so Schau mal, wie viel HP der hat Nein Ja komm Was? Oh, das geht mal doch um Arsch Das ist komplett unnötig, sag ich ja Funktioniert da Graviger, ha Was Graviger Graviger Funktioniert sicher nicht Oh Scheiße, funktioniert doch, ha Wundert mich jetzt aber Aber es ist einfach Scherze, dass ich bei 999 999 gecapt Ist Aber immerhin, das funktioniert doch Beide Alter, was hat er mich gerade getroffen, ha Habe ich Leben noch Ah Man Lauf deine kacke aus Finally, ha Dreckigen Copies Ist doch Ah, ist der Professor, oder? Du 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 Ja Du 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 Ich wurde von Genesis getötet, das war wirklich alles, was ich tun konnte, um zu überleben. Ich habe nur ein paar Zellen von Genesis genommen. Sie wissen, dass du... Degradiert bist. Ja, aber... Es gibt noch eine Hoffnung. Die Gäste der Gäste. Eine pure S-Cell-Sample will stop the degradation process. Pure? Es gibt zwei von euch auf der Runde. Uh... Nein. Eine ist ein früheren Soldaten Operativen, die andere ein Infanterieman. Das Infanterieman, in seinem Körper, die letzte S-Cell-S-Cell in der Welt. Hey! Do you know the verse in Act 4, that leads into the final act? Natürlich nicht. Legend shall speak of sacrifice, at world's end. The wind sails over the water's surface, quietly. But surely. Enough about sacrifices and endings. I don't want to hear it. You don't understand the beauty of these words. How tragic. I'm not surprised. Even I didn't understand all of it. The greatest mystery behind the gift of the goddess? The water's surface. And the answer I have arrived at, is the Lifestream. What? There are various theories regarding the missing final act. However, only my theory is correct. And I will prove it to you. No. That won't be necessary. You will understand. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Cloud's in danger. Back to the reactor. Gotta move quickly. Yeah, yeah. Die haben Flügel und wir müssen laufen, ha? Wer wird wohl als erstes dort sein? Was hab ich jetzt eigentlich direkt? So grabig hab ich. Komm, ich probier's irgendwie noch einmal. Ist das scheiß? Blankspiel mein ich schon. Stunde vierzehn, ha? Naja. Oh, hallo. Double hallo, ha? Stirnband. Haben wir das nicht schon? Keine Ahnung. Ist sicher Müll, oder? Stirnband. 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 Nein, aber nicht. Aber... As expected, ha? So. Mach was. Mach was. Geh weg von ihm! Ja. Was? Wer ist her? Wann ist's? Mach was? Ist das wohl schon? Das war's für heute. ok es funktioniert sie sind schwach, weil wir Eis gequippt haben, aber es lohnt trotzdem einfach nicht, ganz ehrlich scheiße, hau das mit seinem Täschchen ok alles reduziert bei ihm tödlicher Atem aua na komm, hau rein wie schaut denn der so viel AP muss ich den jetzt wirklich so killen, hau ehrlich ist doch ein bisschen fad, hau oh, Alter, ehrlich schaut doch mal, wie viel AP der hat ja oh mein go oh ach warum das ist doch scheiße, hau ja 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 können wir das upgraden magic boost plus haben wir irgendwie noch einen mp boost oh das das damit stehlen, hau aber will ich das, hau und magie magie, hau das nicht es ist doch besser, hau oder warum nicht, hau jetzt haben wir ein besseres Aber ist er sicher, ha? Oh, nein, ist er nicht. Geil. Schau, wieviel er hat. Das ist doch lächerlich. Oh, MP frei ist gut, ha? Ich mein, komm. Achso, ja. Das ist doch... Und ich fress einen Hit und bin halb down. Deine scheiß Täschchen, ha? Na los, Tomberry, ha? Pixie. Nein, nicht auf mich mit deinem scheiß Küchenmesser, ha? Ah, ne. Was nicht schon wieder? Aha. Na, super. Sapraum-Rakete. Was war das für ein Täschchen, ha? You'll feel my pain. Hör auf! Haha. Aber wir leben noch. Das ist doch scheiße. Wirklich. Ja. Ach, was. Komm, Tomberry, ha? Köpf ihn mal irgendwie mit deinem scheiß Küchenmesser. Na komm. Wie du fürfehlst, ha? Ah, geblockt. Geblockt. Alles geblockt. Super. Boah. Warte mal. Du gehst mir andern den Scheiß, Tomberry, ha? Mach ich keinen Schaden. Wenigstens unser Stampfen-Teil, der macht Schaden. Na komm, Alter. Was ist das für ein Boss-Beit? Wie viel HP hat der, ha? Na? Man, das ist ja nicht schwer, Gott sei Dank, aber... Na, aber das... Heilt das sich auch noch, ha? Wie unfair ist das? Wie wäre es denn mit MP-Frei, ha? Na gut. Zustandsschutz, ha? Das hätte man, glaube ich, grad schon kaufen können, oder? War das das? Geht down, ha? Da, 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 da. Beschissenster Boss-Fat ever. Irgendwann muss ich mal schauen, ob die anderen irgendwie auch so spielen wie ich. Ha, ha. Achso, das ist hier hier... Scheiß... Edgiel, oder wie er heißt. Es ist leid, dieser, ha? Was? 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 Also, du bist der Teil der Hollander aus Junon? Warum würdest du so machen? Für mich erinnern. Ich brauchte Hollander. Du hast wirklich gewählt, die falschen Freunde, nicht wahr? Ich glaube. Ich habe nie gedacht, dass ich in eine Angeal-Kopie wäre. Also, einfach gut, dass du linkst zu Projekt G bist. Was? Es ist ein strange Gefühl. Hm? Der Lust für die Vengeance, die mir so verabschiedet hat, ist jetzt nur weg. Und es ist ein Ort. Es ist ein Willkommen, um dir zu helfen. Ein Willkommen, um zu retten Genesis zu retten. Was? Nein. Es ist größer als das. Ich... Ich will, um den Welt zu retten. Hm. Ich will, um den Welt zu retten. Ich will, um den Welt zu retten. Ich will, um den Welt zu retten. Genesys versucht zu erhalten das Geist des Gottes. Aber was ist es genau? Nein. Whatever es ist, muss er aufhören. Ich verstehe einfach nicht, was er spricht überhaupt. Was soll ich machen? Angeil kann uns den Weg zeigen. Vielleicht. Vielleicht. Ich hoffe so, Direktor. Huh, Direktor. So, Zack, was ist dein Traum? Oh, wir schauen uns. Um zu werden, ein Heroin. Was? Oh, komm mal. Lend mir eine Hand. Du und Angeil, beide. Wenn wir das ausziehen, werden wir alle heros. Im Moment, ich fühle mich einen. So, Zack. Wo ist Genesys? ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. ich sehe. Kapitel 9 abgeschlossen, oder? Na Cloud, geht's gut? Schaut aber cool aus, ha? Alles gut, Rupa? Oh Gott, was haben wir für nützliche Tipps, ha? Achilles, Hieb, Almosen, Höllen, alles gehammert, ist ja alles gekauft. Neue Missions, ha? Sag sowas? Und du? Neue Missions, ha? Macht halt Schluss, ne? Den Gänster machen wir dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis dann! Um... ...